casa de torres aus nicaragua war eine der ersten marken die ich für mich entdeckt habe und mit der robusto hier mache ich einen kleinen ausflug in meine vergangenheit als aficionado bis gleich hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem zigarrenbalkon ja mittlerweile wird schon etwas kühler hier draußen das erste upgrade mittels eines t-shirts habe ich hier schon durchgeführt ich glaube so lange sich anfängt zu schneiden bin ich aktuell im grünen bereich mal gucken wie es nächste woche aussieht ja für heute habe ich mir eine casa de torres robusto herausgesucht das ist eine handgefertigte longfiller zigarre aus nicaragua und wir haben hier ein Connecticut deckblatt aus ecuador ein umblatt aus nicaragua und die einlage stammt ebenfalls aus nicaragua die länge sind die klassischen 127 mm bei den robustos und der durchmesser beträgt 21,8 mm und damit hätten wir ein ringmaß von 55 und das ist doch etwas dicker als es man bei den robustos sonst gewohnt wäre die rauchdauer liegt etwas über einer stunde würde ich schätzen und als verkaufsformat gibt es vierer pappschachteln und 25er kisten ja warum eine casa de torres das liegt zum einen daran dass mich jemand auf facebook darum gebeten hatte eine zigarre aus nicaragua zu besprechen und zum anderen weil es wahrscheinlich eine der ersten marken war die ich jemals geraucht habe ich kann mich nämlich noch ganz dunkel daran erinnern dass ich vor ewigen zeiten mal vor einem zigarrenladen stand und da hatte ich von der materie auch noch überhaupt gar keine ahnung und habe ich diese casa de torres im schaufenster gesehen in seinem schönen weißen aluminiumtubo und die habe ich dann einfach nach der optik gekauft weil mir der tubo so gut gefallen hat und ganz offensichtlich habe mich das dann nicht vom weiteren zigarrauchen abgehalten ich habe mal spontan in meinen fundus geschaut und dann habe ich tatsächlich diesen tubo hier gefunden ich vermute aber dass er nicht ganz so alt ist ich hatte mal vor fünf jahren eine phase da habe ich nur zigarren im tubo gekauft weil ich die halt sammeln wollte und aus der zeit stammt er dann wohl aber ansonsten habe ich die marke eigentlich recht selten geraucht ich kann mich noch an eine salomonis erinnern die war irgendwann mal in den letzten zwei jahren fällig und sonst hatte ich die marke eigentlich überhaupt gar nicht mehr auf dem radarschirm also schauen wir uns endlich mal die zigarre selber an vom deckblatt her haben wir hier ein klaro deckblatt vielleicht auch ein colorado klaro deckblatt die nähte und die blattadern sind kaum sichtbar es gibt auch keine beschädigungen oder farbveränderungen also ein sehr hochwertiges deckblatt würde ich sagen schauen wir uns mal den kaltgeruch an zeder etwas florale töne würde ich sagen auch leicht süßlich also eher ein etwas heller geruch und hier am fußende ist sie relativ erdig und etwas nach schokolade das klingt doch sehr vielversprechend dann schneiden wir die zigarre doch mal an und gucken was der zugwiderstand sagt einwandfrei da gibt es nichts zu bemängeln gucken wir uns mal den kaltzug an hier auch ein zedernholz geschmack leicht holzig unterlegt und auch noch diese floralen töne aus dem kaltgeruch sehr spannend dann zünden wir sie doch mal an und gucken was die ersten züge so bringen leicht pfeffrig im anfang ein wenig erde ist mit dabei und noch einiges mehr anschärfe insgesamt relativ dunkle töne also ein ziemlich starker kontrast zum zum kaltgeruch der ja eher so etwas heller war ich würde sagen ich arbeite mich mal durch das erste drittel und dann sehen wir uns gleich mit weiteren infos zur zigarre und zur marke bis gleich es hat relativ lange gedauert ist diese initiale schärfe und dieser pfeffer endlich weg war aber diese dunklen töne hat die zigarre beibehalten ist immer so ein erdiger starker grundton nicht überhaupt nicht so wie die kubanische erde sondern eher so wie moos oder einen waldboden also interessant habe ich nicht wirklich häufig sowas die karte der torres ist ja die eigenmarke aus dem hause august schuster und august schuster das ist ein deutscher zigarren hersteller aus bünde das ist in der nähe von bielefeld und er existiert schon seit über 100 jahren genauer gesagt seit 1897 ursprünglich gegründet von einem gelernten becker ist das unternehmen heute immer noch in familienbesitz auf der homepage werden insgesamt 16 schuster genannt die alle zigarrenfabrikanten waren oder sogar noch sind bekannt unter dem eigenen namen ist die firma schuster eher für short filler aus deutscher produktion wie zum beispiel hier diese brasil trullerie das ist ehrlich gesagt nichts was ich mir normalerweise selber kaufen würde mein credo ist eher weniger rauchen aber dafür hochwertiger aber die box hier die war mal als verpackung bei einer zigarrenlieferung dabei und ich habe sie halt aufgehoben weil ich sie eigentlich recht hübsch finde und meine frau freut sich auch immer wenn ich irgendwas nicht wegwerfen zusätzlich zu den deutschen short fillern lässt die firma schuster auch im auslandssigaren für sich produzieren darunter halt auch die casa de torres schon seit den 90er jahren aber auch andere marken die man kennen könnte zum beispiel die romacraft tobac mit der wunderlust oder auch die marke maria mancini von der casa de torres gibt es mittlerweile noch einige andere serien die edition especial zum beispiel oder die maduro selection und es gibt sogar auch limited editions aus verschiedenen jahrgängen wir sehen uns gleich im zweiten drittel mit dem preis war gleich bis gleich jetzt im zweiten drittel der zigarre habe ich immer noch diesen etwas dumpfen waldbodengeschmack die zigarre hat aber auch eine gewisse holzigkeit entwickelt und es gibt so ein Aroma im hintergrund was ich nicht so richtig identifizieren kann es schmeckt so ein bisschen wie wie pilze waldpilze also auf jeden fall interessant vom preis her legen wir hierbei genau fünf euro und über ein volumen von gut 47 eineinhalb kubikzentimetern kommen wir auf einen basispreis von 11 cent wenn wir das mal innerhalb der marke vergleichen da hätten wir die churchill mit 9 cent oder die short robusto mit 15 cent oder auch die sehr interessante pippa hier mit insgesamt 34 cent ich finde das ist die herausstechendste aus der serie weil sie halt diese besondere form hat die an eine pfeife erinnern soll und wahrscheinlich ist ja auch deswegen so viel teurer als die anderen aus der serie weil es einfach ein wenig aufwendiger in der herstellung ist also ein normaler zigarrenzylinder der durchschnitt der serie liegt bei 15 cent das heißt wir sind mit der robusto hier nicht die allergünstigste aus der serie aber schon deutlich günstiger als der durchschnitt wenn wir sie mit ähnlichen zigarren vergleichen da hätten wir die flor de copan mit 13 cent oder die vega fina robusto mit 10 cent oder etwas länger die die balmoral royal selection klaro robusto mit 18 cent und die dalai hell robusto mit 11 cent und etwas günstiger die via zamorano robusto mit 8 cent aber teurer geht es natürlich immer vor allem wenn wir in die kubanische ecke gehen die juan lopez selection nummer zwei mit 27 cent die casa de torres robusto hier ist damit also im vergleich zu anderen marken auch am günstigen ende angesiedelt aber natürlich gibt es noch günstigere alternativen wie die via zamorano zum beispiel wir sehen uns gleich im letzten drittel und schauen mal ob wir ein paar bewertungen zu der zigarre in der literatur oder im internet finden können bevor ich zu meinem eigenen fazit komme bis gleich jetzt auf den letzten metern ist die zigarre deutlich besser geworden dieser dumpfe allgemeine geschmack ist fast vollständig verschwunden hin und wieder sticht sogar eine leichte honig note hervor und die zigarre hat eine leichte cremigkeit entwickelt aber nach dem ersten und zweiten drittel kommt mir das ehrlich gesagt eher nur wie ein kleines trostpflaster vor vom abrand her war es absolut problemlos ich musste kein einziges mal korrigieren und wir haben sogar diesen wunderschönen kegel hier in der mitte wenn man nach bewertungen zu der zigarre sucht dann findet man nicht wirklich viel bei cigar aficionado findet man gar nichts dafür ist die marke zu lokal begrenzt aber bei cigar world gibt es immerhin 187 bewertungen und da hat sie bei qualität und preis leistung jeweils sechs von acht punkten und das ist ja mal durchaus ordentlich auch im cigarren forum gibt es eine handvoll bewertungen die eigentlich alle positiv sind und im cigar journal habe ich auch mal nachgeguckt da habe ich eine bewertung zur salomonis gefunden die hat 89 punkte bekommen in der ausgabe 1 2017 und sogar auch den best buy award sieht also so aus als hätte ich hier irgendwie ein montagsexemplar erwischt allerdings ist das jetzt schon das zweite exemplar was mir nicht so schmeckt das letzte noch sehr viel weniger die hier war schon sehr viel besser und damit stecke ich auch schon mitten in meinem eigenen fazit die zigarre trifft ehrlich gesagt nicht wirklich meinen geschmack es war am anfang viel zu viel schärfe mit dabei auch wenn er dann im verlauf weg gegangen ist aber das prägt dann halt doch den ersten eindruck und die zigarre war mir insgesamt zu dumpf dieser waldboden geschmack ist nicht so ganz das was ich mir vorstelle das heißt die geschmäcker ändern sich wohl ein wenig mit der zeit damals als anfänger muss ich sie wohl ganz gut gefunden haben sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben und nur weil sie mir nicht wirklich schmeckt muss das nicht auch auf euch zutreffen die einzige regel ist rauch was dir schmeckt und auch nicht das was mir schmeckt ich berichte einfach nur was ich hier wahrnehme und und das ist es deshalb probiert sie bitte aus wenn ihr sie noch nicht kennt denn nur vom ausprobieren lernt man seinen eigenen geschmack kennen weil sie eigentlich recht leicht ist und auch ein gutes preislastungsverhältnis hat kann ich sie einsteigern durchaus mal empfehlen mir hat sie damals auch getaugt und ich werde mich auch trotzdem noch mal durch die anderen serien durchprobieren ja wenn es euch gefallen hat dann probiert doch mal abonnieren da freue ich mich immer drüber 60 prozent meiner zuschauer sind immer noch keine abonnenten da ist also doch ein bisschen luft nach oben also vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal